Das Need for Speed Underground Unbound Update steht quasi kurz vor der Tür. Es dauert nicht mehr lang, es wurde ja eine Woche verschoben, um dann noch ein paar technische Dinge ins Lot zu bringen. Und jetzt haben wir Feedback bekommen und auch eine grobe Zusammenfassung von dem, was so in den letzten Monaten passiert ist. Da schauen wir jetzt gleich mal drauf. Wie gesagt, das sind Kommentare von den Entwicklern auf Kommentare von anderen Spielern, die sehr viel geliked wurden auf Instagram, Reddit und so weiter. Und naja, da gucken wir gleich mal rein. Das Ganze habe ich jetzt auf Deutsch gar nicht mehr gefunden, keine Ahnung, ich habe es einfach übersetzt und werde deswegen auch Gameplay einblenden. Aber erstmal gucken wir mal, was ihr da so veranstaltet habt. Ja, wann ist denn wo am meisten los? In Deutschland zwischen 9 und 10 Uhr kann man hier sehen, in den USA zwischen 8 und 10 Uhr abends. Brasilien zwischen halb neun und halb zehn, das sind ja ganz komische Zeiten. Also im Gefühl spielen die meisten Leute immer irgendwie nur eine Stunde abends oder so. Aber naja, der Audi S5 ist der wohl beliebteste Wagen gewesen bei euch. 568.000 Stunden gefahren. Hört sich jetzt wenig an, aber ist halt auch nur ein Auto von vielen. Da läppert sich schon ein bisschen. Ja, der R8 ist da drunter mit 444.000 Stunden. Und dann kommt der Mitsubishi Eclipse mit 395.000 Stunden. Das ist ja schon eine wilde Sache, dass der Eclipse so weit oben ist. Echt wild. Ja, M3 GTS nicht zu sehen, wundert mich aber auch nicht. Der fährt sich leider nicht ganz so geil. Und ja, die Top PvP Playlists waren RS6 Rush. Da muss ich auch sagen, hat mir am meisten Spaß gemacht. Also die RS6 Playlist war wirklich cool. Vor allem, weil die Autos halt auch leistungsgleich sind und so weiter. Dann S Plus Specials. Die Playlist hat mich nicht gefahren. Keine Ahnung. Und The Need for Speed war halt auch am Start die Playlist. Ziemlich stabil bei euch gelaufen, weil wahrscheinlich alle diesen Banner haben wollten. Das steht ja dann unter deinem Profil. The Need for Speed. Ja, auf jeden Fall eine ganz stabile Angelegenheit. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal rein in das Feedback, das die von euch bekommen haben. Ist ein relativ langes Feedback und ich habe da jetzt einfach nur mit Gameplay reingepackt. Ihr könnt das nebenbei wie so ein Hörbuch laufen lassen, wenn ihr wollt. Oder ihr zieht es euch halt rein, wenn ihr so Bock habt auf das ganze Gameplay. Ich habe da ein paar Link-Ups gemacht und so weiter. Nur damit ihr Bescheid wisst. Das kann man sich auch so nebenbei reinziehen, weil jetzt geht es richtig rund hier. Und da fangen wir an. Wo haben sie angefangen? S5 beliebter als der R8. Südkoreaner und Australier die größten Nachteulen der Truppe. Da gibt es viel zu überlegen. Gehen bla bla bla. Okay, das ist jetzt nicht so wild. Hier geht es zum Feedback. Genau. Jetzt wird es richtig wild auch direkt. Der Großteil eures Feedbacks wird während dieses Jahres des Live-Services nicht behandelt. Wir sind ein kleines Team mit straffen Zeitplan und arbeiten hart daran, euch alles zu bieten, was wir versprochen haben. Wir werden Updates vornehmen und Funktionen verbessern, wo es möglich ist. Aber der große Teil des Feedbacks wird gesammelt, um zu informieren, wie wir die Dinge in Zukunft angehen. Wir werden nur Feedback in diese Berichte aufnehmen, das sich auf das bezieht, was wir bei Unbound tun. Es gibt bestimmte häufige Community-Anfragen. Ich denke, wir alle wissen, worüber wir hier sprechen. Nein, wissen wir ehrlich gesagt nicht so genau, was ihr da gesehen habt. Woher sollen wir das auch wissen? Ich meine, vieles wird häufig gefragt. Das ist ein bisschen problematisch. Aber naja, weiter im Text. Ja, also wo waren wir jetzt gerade? Ich denke, wir wissen alle, worüber wir sprechen. Blablabla. Die außerhalb des Rahmens dieses Projekts liegen. Und eine kurze Erklärung dazu wäre nicht hilfreich. Ja, also was ich mir vorstellen kann, ist, dass die damit wahrscheinlich meinen, Bring back the old, keine Ahnung, die alten Schauspieler und so zum Beispiel, wird ja gerne mal gefordert. Ist natürlich nicht so einfach. Das sind Menschen, die Gehälter haben und so weiter. Das bedeutet wieder Kosten. Und wir kennen EA, die wollen nur verdienen. Die wollen nicht ausgeben am besten. Ist einfach so. Ne, da kann auch das, oder hier die Entwickler, die können da ja auch gar nichts für. Die haben halt ihren Zeitplan, die haben ihr Budget und so weiter. Und ja, da kommt später noch eine Frage, die habe ich gestern schon gesehen gehabt. Da werde ich jetzt auch noch ein paar Worte zu sagen. Aber gut, gehen wir trotzdem mal weiter. Wisst, dass es gehört wird und dass eure Begeisterung geschätzt wird. Aber wir werden diese Anfragen nicht in diesen End-of-Volume-Berichten behandeln. Ja, wahrscheinlich dürfen sie das auch gar nicht seitens EA. Ist ein bisschen blöd, dass man uns da trotzdem mal kein Feedback zu gibt. Vielleicht in einem Extra-Bericht dann oder so. Vielleicht kommt da ja noch was. Ich meine, die Leute schreien und schreien, schreien. Man kann die doch jetzt nicht so abspeisen und sagen, ja nö, wir werden dazu nichts sagen. Wir wissen ja alle, wovon wir hier sprechen, aber wir sagen nichts dazu. Also das ist leider ein bisschen blöd gemacht. Also finde ich scheiße, ehrlich. It's no front gegen das Spiel oder sonst was. Aber ja, gibt den Leuten noch einfach eine Antwort. Nee, sorry, Leute, ist zu teuer. Lässt sich mal so eben nicht umsetzen. Fertig, keine Ahnung. Sagt das doch einfach. Was ist denn dabei? Wir wissen doch, dass EA ein geiziger Haufen ist. Sorry, ich muss mal kurz wiederfinden. So, wir konzentrieren uns auf die Reaktion auf Top-Feedback, das eine mehr oder weniger einheitliche Idee teilt. Okay. Ja, das habe ich auch schon mitgekriegt. Die gucken halt wirklich auf Sachen dann mit vielen Likes und so weiter. Und ja, wir kommen gleich nochmal dazu. Das ist nicht immer so praktisch. Aber ja. Äh, wo waren wir denn? Wo waren wir denn? So, einige der Top-Kommentare, insbesondere auf Reddit, sind lang und behandeln verschiedene Dinge oder machen viele verschiedene Anfragen. Sie alle diesen ohnehin schon langen Blogbeitrag anzusprechen, könnte außer Kontrolle geraten und potenziell verwirrend sein. Aber wir haben sie alle gesehen, hören euch und versuchen zu adressieren, was wir können. Also los geht's mit dem Feedback. Top-Feedback für den dedizierten PvP-Modus. Am meisten gelikete Antwort auf Twitter. Eine viel reibungslosere Erfahrung, wenn man zwischen PvP-Playlists wechseln möchte oder von PvP zu Free-Roam geht, wäre wünschenswert. Ich versuche das hier gerade mal ein bisschen zu ergänzen, damit das logisch klingt. Das ist hier ein bisschen komisch übersetzt. Beides erfordert derzeit ein vollständiges Abmelden und Wiederanmelden bei den Online-Diensten, was unglaublich langsam ist. Ja, das war immer so eine ganz nervige Sache, aber das haben sie mittlerweile, glaube ich, sogar schon ein bisschen geändert, dass man teilweise jetzt in die Garage reingeklatscht wird, anstatt, dass man ins Hauptmenü wieder zurück muss, wenn man zwischen PvP und freie Fahrt wechseln muss und so weiter. Also, ja, ich glaube, das sagen sie aber auch gleich hier. Selbst wenn man nur eine Pause machen möchte, muss man aus dem Online-Spiel aussteigen, was die Stimmung stark beeinträchtigt. Ja, gut. Ja, fühle ich jetzt nicht so, weil wenn du jetzt länger nicht spielst, dann fliegst du halt vom Server oder so, weil sonst blockierst du ja einen Platz. Weil die meisten Spiele handhaben das so, dass man vom Server gekickt wird dann auch automatisch. Kann teilweise nerven, wenn du wirklich mal nur eben fünf Minuten in der Küche bist oder so. Ja, verstehe ich. Zehn Minuten, ja, muss man auch nicht, aber so ab 15 Minuten würde ich sagen, ja, dann fliegst du halt vom Server, weil, ja, AFK-Gefahrmethoden, so kennt man ja auch. Da wünscht man sich ja dann auch, dass er verschwindet. Oder Spiele mit Warteschlangen und so weiter in den Servern da, also, ja, weiß ich nicht. Da muss man sich jetzt nicht so drüber aufregen, glaube ich. Gehen wir mal zum nächsten. Am meisten geliketer Kommentar auf Instagram. Als jemand, der zu Anbauen zurückgekommen ist, kann ich sagen, dass ich für die Belohnung grinden möchte und dass das Spiel zurück ist. Ja gut, der Text, der ist auch auf Englisch genauso lost, den hab ich auch nicht verstanden und dass er grinden möchte. Das einem Entwickler zu sagen, ist brandgefährlich meiner Meinung nach, weil, wenn die jetzt richtig fett grinden lassen, dann kommen wieder die anderen und sagen, ey, bro, ich hab nicht mein ganzes Leben Zeit für irgend so ne Scheiße hier zu grinden, ne, da gucken wir mal ganz unauffällig rüber zu The Crew Motor Fest, ja. Man muss schon einen guten Ausgleich finden, ne. Also, es gibt halt Leute, die haben den ganzen Tag nichts zu tun und grinden und grinden und grinden. Es gibt aber auch Leute, die sind berufstätig oder Studium oder was weiß ich alles. Die können nicht so viel grinden. Also, da muss man schon vorsichtig sein mit der Aussage. Grind, weil ich weiß jetzt nicht, wie es euch geht. Für mich bedeutet Grind halt auch wirklich richtig reinschwitzen und Stunden, 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 Stunden kloppen. Schwieriges Thema. Müssen wir mal gucken. Aber an sich wünsche ich mir natürlich selber auch, dass der Speedpass ein bisschen länger wird. Vielleicht kann man den auf Level 150 auch erweitern, ne, dass die Hauptsachen halt bis Level 75 kommen und Level 150 ist dann nochmal so ein Bonus, dass man irgendwelche Geldbelohnungen und so alles noch freischalten kann. Keine Ahnung. Naja, lässt sich viel machen, theoretisch. Gucken wir mal weiter. Entwicklerantwort, es freut uns wirklich zu hören. Auch für den PvP gibt es noch viel, was wir tun möchten und solche... Bubble. Und sicherlich haben wir bereits viel darüber gelernt, wie wir so etwas von Anfang an in ein zukünftiges Need for Speed einbauen würden. Ja, also... Die sind also am gucken, wie sie noch mehr Grind ins Spiel kriegen. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Wir haben viel positive Stimmung rund um das PvP-Update insgesamt gesehen. Es gibt einige Kommentare zum PvP-Wechselablauf und zur Bitte, dass das Checkpoint-System etwas nachsichtiger, ähnlich wie in Heat, wo eure Geschwindigkeit beim Spawn beibehalten wird oder größer sein sollte. Was? Entwicklerantwort? Hä? Das ist jetzt auch wieder verwirrend. Die haben sich selbst geantwortet. Naja, Checkpoints und Rücksetzgeschwindigkeit sind etwas, was wir tun könnten. Aber es könnte ernsthafte Auswirkungen darauf haben, wie die Leute daran gewöhnt sind zu spielen. Wir werden uns das für die Zukunft genauer ansehen, aber wir werden es wahrscheinlich in diesem Jahr nicht anfassen, wegen des damit verbundenen Risikos. Ja gut, ich verstehe halt nicht so ganz, was er genau meint mit dem Zurücksetzen und so weiter. Aber ja, wir gehen einfach mal weiter. Da haben wir noch mehr. Außerdem sehen wir, dass mehr Spieler-Interaktionsmöglichkeiten geschätzt würden, wie zum Beispiel Emotes, GG, schönes Rennen, guter Noob-ETC. Hä? Das ist okay. Mit anderen Spielern in der Lobby. Das sehen der Autos, Gegner, Modelle oder Streckenkarten vor den Events. Damit, das ist jetzt wahrscheinlich doof übersetzt, damit meint er wahrscheinlich, dass man mit anderen Spielern in der Lobby ist, vor dem Rennen und dass man das Auto der Gegner sieht und so weiter. Ja, das ist ja eine Sache, die ich auch schon sehr oft gepredigt habe. Man kennt vielleicht aus GTA dieses Tuning-Treffen in der Tiefgarage da. Sowas in der Art würde ich natürlich auch in Need for Speed abfeiern, genauso wie in einem Forster und so weiter. Aber ja, das haben wir bisher noch nie bekommen. Ja, sowas Grobes gibt es den Motor fest, aber auch nicht wirklich. Da sind halt auch irgendwelche random Autos am rumstehen und ja, ist auch nicht so ganz das, was man sich da vielleicht vorstellt. Aber okay. Wir waren jetzt gerade bei den Events. Schließlich gab es weitere Anfragen, die es den Leuten ermöglichen würde, zu wählen, ob sie mit individuellen oder Serienfahrzeugen fahren möchten. Mit ungefähr gleichen Ausgangsbedingungen. Zusätzlich dazu wäre es ein gut B- bis S-Plus-Klasse jederzeit anzubieten, anstatt eine Klasse pro Woche. Aber natürlich könnten beide dazu führen, dass die Lobbygröße kleiner wird. Ja, gut. Ist natürlich nachvollziehbar vom Entwickler, dass sie nicht alle Klassen anbieten und man dann das fahren kann, was man am liebsten fährt, weil sich dann natürlich auch die Spieler splitten und die haben halt nicht die größten Spielerzahlen. Und dann kann es natürlich sein, dass man die Lobbys nicht mehr richtig voll kriegt. Ja, gut. Ist irgendwo nachvollziehbar. Entwickler hat Wort. Wir schauen uns immer an, wie wir die Vielfalt und Fairness für Spieler maximieren können, um die Angebote der Volumes zu erleben. Offen gesagt ist zu beachten, dass wir auf ein bestehendes System aufbauen, das nicht so agil ist, wie wir es gerne hätten. Hä? Wieso bauen die denn dann auf einem System auf, das nicht so ist, wie sie es gerne hätten? So lese ich das hier gerade raus. Ist, äh, ja, äh, ja, ja. Schreibt mir dazu gerne mal eure Gedanken in die Kommentare. Ich bin äußerst verwirrt. Ich denke mal, die meinen damit, dass sie darauf aufbauen müssen, was Ghost Games ihnen hinterlassen hat und, ja, sie halt nichts von Grund auf neu aufbauen konnten, weil EA halt gesagt hat, Ne, wir müssen Geld sparen. Uns interessieren die Spieler doch gar nicht. Ihr wisst das doch. Wir wollen nicht, dass ihr hier viel Geld in irgendwas Neues pumpt. Nehmt das, was ihr da habt, ey. Verändert das ein bisschen und verkauft die Scheiße. Danke. Tschüss. Top-Feedback für wöchentliche PvP-Playlisten. Am meisten gelikte Antwort auf Twitter. Ja, herzlichen Glückwunsch. PvP ist großartig und wirklich eine frische Brise für Need for Speed. Der einzige Nachteil, den ich sehe, ist das Fehlen angemessener Belohnungen für engagierte Leute, die viel Zeit in Lobbys verbringen, sowohl für Levelbelohnungen als auch für Siege und so weiter. Ich würde vorschlagen, für jedes Level Aufkleber hinzuzufügen oder für einige Meilensteine. Entwicklerantwort, ich lese jetzt immer erst die Antwort vor, sonst kommen wir hier voll durcheinander und danach gebe ich meinen Senf ab. Entwicklerantwort, schön zu hören. Wir haben eine Reihe von Herausforderungen, die mit den Spielen von PvP verbunden sind und Dinge wie Titel, die ihr freischalten könnt, indem ihr sie abschließt und die ihr dann während der Ergebnisse und Ladebildschirme zeigen könnt. Wir haben auch viele Daten über die Level und die Menge des Grinds, den wir uns anschauen, wenn es sinnvoll ist, hier Änderungen vorzunehmen. Okay, hier ist der Text einfach abgebrochen, aber Aufkleber als Belohnung fühle ich nicht. Also ist jetzt auch nichts Besonderes, würde ich mal behaupten. Da frage ich mich jetzt, warum er so viele Likes bekommen hat. Oh ja, geil, ich möchte Aufkleber als Preis. So, gehen wir mal weiter. Irgendein Kommentar auf Instagram. Bevor wir die Playlist starten, müssen wir die Rennstrecke sehen können, wenn wir ein Auto wählen. Warum? Damit du dein richtiges Meta-Auto wählen kannst oder was? Antwort des Entwicklers. Das ist etwas, woran wir gearbeitet haben, aber leider ist dies eines dieser Dinge, die einfach erscheinen, aber es nicht sind. Das gesagt habend untersuchen wir immer noch, wie wir hier einige Änderungen vornehmen können. Wir verstehen, dass ihr wissen möchtet, welches Auto aus eurem Arsenal für die bevorstehende Strecke am besten geeignet ist. Ja, das ist schon wieder dieses Meta-Denken, denke ich mal. Ich meine, klar, man weiß gerne, was man da fährt oder so, aber die meisten Spieler nutzen das halt, um einfach krass im Vorteil zu sein. Während irgendwelche Spieler, die einfach nur Spaß fahren, irgendein Auto nehmen, was ihnen gefällt. Naja, gut. Und ja, es ist wieder eins dieser Dinge, die nicht so einfach sind. Als Laie stellt man sich teilweise Sachen einfach zu einfach vor. Da denkt man auch, ja, die müssen da nur ein paar Knöpfe drücken, eine Datei einfügen oder so und fertig, aber so ist das leider nicht. Naja, okay. Ein hochgewerteter Kommentar auf Reddit. Ich würde definitiv gerne einige Underground-T-Playlists im nächsten Band sehen. Das ist etwas, was ich auch schon vorgeschlagen hatte, dass wir auch Playlists kriegen, die so auf Underground angelehnt sind, wo auch spezielle Underground-thematisierte Autos nur gefahren werden, so im Innenstadtbereich und so. Aber gucken wir mal weiter. Mit einem Fokus auf enges Stadtracing, auf enges Stadtracing in Autos der unteren Preisklasse. Ich würde auch gerne sehen, dass die derzeit in der Playlist exklusiven Events wie Solar Cycle und Dark Knight für mehr Playlists geöffnet werden. Sowohl innerhalb des dedizierten PvP als auch innerhalb der Freeroam-Playlists. Antwort des Entwicklers, ihr werdet definitiv einige Underground-Themen-Playlists für Volume 7 sehen. Ja, ich bin mal gespannt, was sie sich da zusammengechoostert haben. Wahrscheinlich Imagine Underground-Thema mit Bugatti und so. Ja, ja. Das wäre fail. Was die spezifischen Strecken betrifft, gibt es Möglichkeiten, diese im Freeroam zu spielen, da diese eine ähnliche Rotation von Events durch die Wochen hat. Wir untersuchen Möglichkeiten, wie wir den Rhythmus weiter aktualisieren können, wie wir es während des Bandes gemacht haben, um das Gleichgewicht zwischen Vielfalt und Wiederholung zu finden. Das Feedback zu den wäschlichen PvP-Playlists ähnelt dem, was wir für den dedizierten PvP-Modus gehört haben. Viele Kommentare über größere Vielfalt im PvP oder vielleicht schnellere Wechsel zwischen Playlists. Vielfalt ist ein Schlüsselfaktor, um die Motivation aufrechtzuerhalten. Wir hatten auch einige Anfragen nach kontaktlosen Rennen, bei denen man durch Konkurrenten ghostet, um Reefing zu vermeiden. Das haben sie also auch mitgekriegt. Beziehungsweise da gibt es halt wirklich Anfragen, dass man sich gar nicht berühren kann, dass man nicht crashen kann. Ja, ja. Wahrscheinlich auch leichter gesagt als getan, durch diese ganze Windschatten-Mechaniken und alles, was da alles so mitspielt. Schwierig. Aber dazu haben sie irgendwie nichts mehr genau gesagt. Ja, dann haben wir Feedback zu Audi. Am meisten gelikter Antwort auf Twitter. Trägt definitiv das Audi-Handling-Modell auf den Rest, oder übertragt definitiv das Auto-Handling von den Audis auf den Rest der Fahrzeuge. Ich finde es nicht fair, dass nur eine Handvoll Autos das neue Handling bekommen, aber nicht der Rest des Katalogs. Einige Autos wurden komplett mit Grip im Sinn gebaut und haben keinen Drift-Einstieg aktiviert. Sie untersteuern trotzdem noch. Antwort des Entwicklers. Wir freuen uns sehr zu hören, dass die Änderungen so gut angekommen sind. Wir würden gern dieses Handling auf all unsere Fahrzeuge ausweiten. Aber die Wahrheit ist, dass es viel Zeit braucht, um jedes Auto, das wir hinzufügen, auf diese Qualität zu bringen. Und wir haben derzeit nur einen Handling-Designer. Auch wenn er übermenschlich ist, ist das für ihn auch zu viel verlangt. Das gesagt haben, werden alle neuen Autos, die wir dem Spiel hinzufügen, durch den Speedpass, das neue Handling haben. Und wir werden versuchen, mehr hinzufügen, wo es möglich ist und Sinn macht. Also was wir damit sagen quasi jetzt, es ist halt nicht so einfach, mal eben die alten Autos alle zu aktualisieren. Das müsste der Typ halt Auto für Auto machen. Und gleichzeitig kommen ja dann, wie die jetzt meinten, neue Autos, die neues Handling haben. Und er kann halt nicht an zwei Baustellen gleichzeitig arbeiten. Und da siehst du halt auch wieder diesen dreckigen Sparkuss. Sorry, dass ich jetzt schon wieder ein bisschen lauter werde oder so, aber es ist einfach wieder diese Sch***-Politik von EA. Wenn die hier schon wieder schreiben, wir haben nur ein Handling-Designer, also ein Typ, der sich darum kümmert, dass die Autos sich so fahren, wie sie sich fahren. Ob man es jetzt mag oder nicht, ist eine andere Frage. Aber trotzdem müsst ihr überlegen, da sitzt ein Typ und muss sich alleine um den ganzen Sch*** kümmern. Ja, das ist einfach wieder EA. Die haben ein Acht voll Geld und Need for Speed natürlich. Ja, Sch*** auf Need for Speed. Die kriegen dann nur ihr kleines Team und fertig. Also ist es so lächerlich, wie EA quasi auf die Leute sch***. Das, also, boah, da kriege ich einfach wieder Puls. Mensch, seid froh, euch keine Webcam anhaben. Wird nur noch eine dicke Ader zu sehen sein. Mein Gott, gehen wir mal weiter. Ja, schade. Aber ja, neue Autos, neues Handling. Ich bin gespannt. Freut mich auf jeden Fall. Auch wenn das Drift-Handling noch nicht perfekt ist. Aber die meinten ja, die arbeiten daran. Bin mal gespannt, ob es mit dem Update dann sich auch ändert. Aber mal abwarten. Ich bin nicht guter Dinge. Ich glaube nicht, dass es viel krasser wird, aber ich warte erst mal noch ab. So, am meisten geliked auf Instagram. Das Handling, besonders beim R8, ist sehr gut. Auch die Soundverbesserung ist großartig. Ältere Audis wieder, RS2 erwandt. Oder die alten Rallye Audis wären fantastisch. Gute Arbeit, Leute, mach weiter so. Antwort des Entwicklers nochmal. Danke, blablabla, danke, 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 ja, ja, ja. Die Handlingänderungen sind tatsächlich Teil des zukünftigen Denkens, das wir bereits untersuchen. Also freut es uns zu sehen, dass wir in die richtige Richtung gehen. Ja, das, ja, ich sag dazu gleich was. Was das Hinzufügen älterer Audis betrifft, wird dies in diesem Jahr nicht passieren, da unsere Autos vollständig anpassbar sind. Dauert es sehr lange, sie herzustellen und der neue Fahrzeugplan für den Rest des Jahres steht bereits fest. Uns erwarten also noch ein paar neue Autos. Ich bin gespannt. Wir hören auch eure Kommentare zum neuen Handling-Modell, das möglicherweise zu stark ist, insbesondere im Vergleich zum Muscle Cars, die als zu langsam oder schwer wahrgenommen werden, ja. So, was ich jetzt sagen möchte, ist, ja, die freuen sich jetzt über dieses Feedback, aber ich hoffe, die Entwickler nehmen nicht diesen einen gelikten Kommentar zu ernst, weil, ja, ich glaube, wir sind uns einig, das Handling der neuen Autos ist besser, aber es ist noch lange nicht an einem Punkt angekommen, wo man sagen kann, das ist krasser Shit. es ist ein bisschen besser, aber in meinen Augen noch immer extrem Arkade-lastig und die Autos, ne, das ist, aber auch wie gesagt, eine ganz schwere Sache. Es ist nicht mal direkt das Handling dieser Unfallphysik und die wurde hier bis jetzt noch gar nicht erwähnt, ja, das ist, ich berühre etwas und fliege durch die Gegend, ist auch ein großer Minuspunkt bei diesem ganzen Erlebnis vom Fahren, ne, also, also wirklich, das muss einfach weg, irgendwann, es ist so unnötig teilweise, ja, dieses Gecrashen, du tippst irgendwas an und fliegst weg oder dich tippt ein anderer an, du fliegst weg, du verlierst tonnenweise Schaden teilweise, wenn dich ein Kopffahrzeug antippt, während das Kopffahrzeug manchmal gar keinen Schaden bekommt, wenn du es voll weghämmerst, also, diese ganze Schadenssache, diese Unfallanimation und der Schaden, der ausgeteilt wird, beziehungsweise, den man einstecken muss teilweise, der ist so unbalanced und so nervig, da müssen die auf jeden Fall noch was machen und wir gucken weiter, äh, Top-Feedback für den Rang, für die Level, äh, meistgelikete Antwort auf Twitter, persönlich denke ich, dass jedes Mal, wenn man aufsteigt, die Autos vielleicht entsperrt werden sollten, anstatt wirklich monotone Herausforderungen für sie zu begegnen, oh Gott, das ist wieder sehr speziell gedeutscht hier, der meint also, man sollte diese Autos, die man freischaltet, durch die Herausforderungen, wisst ihr ja wahrscheinlich, wie ihr das Spiel gespielt habt, die sollten, durchs Leveln freigeschaltet werden, ja, fühle ich nicht so, ich würde es vielleicht eher so machen, entweder man macht diese Herausforderungen und beschaltet den Wagen frei oder man schaltet den Wagen dann ab einem bestimmten Level frei, dieses sollte aber nicht zu gering sein, sondern schon eher hoch, dass man auch wirklich dann, wenn man sagt, ja, auf die Herausforderung habe ich keinen Bock, dann muss ich halt ein bisschen reingrinden ins Level und irgendwann kriegt man ein Auto, so könnte man es natürlich machen, der Entwickler sagt, dieses ist ein großartiges Feedback, wir hören das, wir suchen nach Möglichkeiten, wie das Freischalten von Autos für Multiplayer einfacher oder auf potenziell andere Weise erfolgen kann, mehr dazu in naher Zukunft, ja, einfacher machen, fühle ich überhaupt nicht, bitte nicht, nein, danke, jetzt haben sie es schon so komisch gemacht, dass die Autos alle gesperrt sind, dann sollen die Leute auch bitte was dafür tun, also wir dürfen auf keinen Fall Richtung Forza Horizon gehen, wo dir alles hinterher geschmissen wird, also Bro, die haben auf 2000 Autos erweitert, ich habe mittlerweile alle Autos doppelt und dreifach, also ey, ich kotze einfach ab, ey, du kommst ja gar nicht mehr mit dem Aufräumen hinterher, also Horizon ist echt eine kritische Angelegenheit, was das angeht und ich hoffe, das wird beim Need for Speed nicht passieren. Oh, ich bin jetzt mal empty Kehle, so viel lesen ist, anstrengen Kappa. Boah, so geil. Monster, Mango Loco, oh, Juiced, oh, Hot Import Nights, kapi, boah, das ist so geil, das Zeug ist schön eisgekühlt, Moment, so, weiter geht's, Profi Kappa. Am meisten gelikete Antwort auf Instagram, ich denke, das Rangsystem ist eine schöne Ergänzung zum Spiel, ein guter Indikator für, Straßencredit im Multiplayer. Es ist eine nette Statistik zu haben und ich habe den Multiplayer öfter besucht, um aufzusteigen, Belohnungen sollten ansprechender sein, sagen wir mal, vier Belohnungen, jede nach 50 Level oder was, Level 1 Banner plus Titel, Level 50 Kleidung, Level 100 Emote, Level 150 Fahreffekte, Level 200, individuelles und originales Auto mit passender Anpassung, hä, an die Kleidung, hä, und den Fahreffekt, der, guck mal, ich sehe das gerade auf Englisch, ist aber, ich weiß nicht genau, was der Typ da für Vorstellungen hat, naja, die Antwort des Entwicklers, wieder ein großartiges Feedback, okay, wir schauen uns das Rangsystem als Ganzes an und hoffen bald ein Update dazu zu geben, ich glaube, wir werden darüber nachdenken, welche Belohnungen wir hinzufügen könnten, wenn ihr aufsteigt, ein detailliertes Rangsystem nach, äh, schade, es ist einfach, also wirklich, sorry Leute, ist ein bisschen verwirrt hier, ich hätte vielleicht doch einfach auf Englisch, äh, mir das angucken sollen, äh, es geht also, es geht einfach darum, der Typ wünscht sich halt für das normale Level auch Belohnungen, ihr wisst ja, im Speedpass habt ihr 75 Level, kriegt jedes Level eine Belohnung und er wünscht sich halt für diese andere Level, was man da hat, äh, da auch Belohnung, dass man vielleicht alle 50 Level was bekommt oder so, aber wäre schon ein bisschen wenig, wie gesagt, man darf nicht nur auf schwitzende Grinder achten, man muss halt auf den normalen Spieler achten, dann würde ich sagen, vielleicht alle 10 Level irgendwie Bonus-EP oder so, ich weiß es nicht, man kann halt viel machen, ne, dass man vielleicht Doppel-EP-Token freischaltet, dass man da, ne, ihr kennt das ja, dass man eine Stunde Doppel-EP aktivieren kann und so, beziehungsweise mehr EPs sind das ja nur, nicht Doppel, sagen sie, ja, da gibt es eigentlich genug Dinge, die sie machen könnten, dass man zum Beispiel 100 nach 100 Level einen Autogutschein bekommt, vielleicht, dass man ein Auto umsonst tunen kann, sprich, ne, alle Karosserie-Teile sind umsonst während des Tunings jetzt in der Runde, wo du die Karte aktiviert hast oder du kannst dir einen Gutschein gewinnen für einen gratis Motorumbau, dass du einen Motor-Switch quasi nicht bezahlen musst oder nach vielleicht sogar 200 Leveln, kriegst du einen Autogutschein, dass du dir ein Auto umsonst kaufen kannst, kann man ganz viel machen, naja, müssen wir mal gucken, wie, äh, kreativ die Entwickler sind und jetzt sehe ich gerade, hier muss ich nochmal nachgucken, einen Moment, so, ich gebe zu, das Ganze könnte bisher ein bisschen verwirrend gewesen sein, das liegt zum Teil halt auch an der Übersetzung, aber die Leute haben auch wirklich komische Vorstellungen und Fragen an die Entwickler und, äh, da, ja, da wird einem langsam auch bewusst, warum das alles so ist wie es ist, das ist ja schon ein ganz schönes Durcheinander teilweise, ähm, jetzt hat einer gefragt, das muss ich nochmal nachgucken, das ist irgendwie untergegangen, das weiß ich nämlich noch, ah ne, jetzt kommt's, jetzt geht's los, nämlich jetzt geht's um Need for Speed Legends Content und das ist ja explizit der Content, den die meisten feiern, weil's da wirklich nostalgisch zugeht, da geht's um alte Autos und so weiter und hier fragt jetzt einer, ähm, ich frage nur nach einer Sache, könnt ihr bitte die Soundtracks der Need for Speed Spiele der 90er Jahre zu Need for Speed Anbaut hinzufügen? Okay, stopp, die Soundtracks der 90er Jahre? Das ist ein bisschen sehr alt, also ich persönlich feiere ja die der 2000er Jahre, ne, ne, 2000 bis 2010 die ganzen Teile, die hatten ja schon geile Musik teilweise, zumindest Anderun 1, 2, Most Wanted, ja, Carbon nicht so wirklich, aber ja, ihr wisst, was ich meine, äh, ein bisschen komisch, aber egal, am Ende ist das dieselbe Frage, äh, er wünscht sich halt Musik der alten Need for Speed und während sie dabei sind, will er noch, dass sie bitte endlich auch auf Spotify erscheinen, also diese Songs sollen auf Spotify kommen, äh, diese Soundtracks sind meine Kindheit und verdienen es bewahrt zu werden, ja, da ist wieder einer, der hat da glaube ich nicht viel Ahnung von, was da im Hintergrund abgeht, aber die Dev-Antwort ist eigentlich auch ziemlich aufschlussreich, äh, Dev-Antwort, und letztendlich geht es hier um Lizenzierungskosten, ja, also sofort, war klar, dem Künstler, ja, denn Künstler verdienen es für ihre Arbeit entschädigt zu werden, Songs werden für einzelne Spiele lizenziert haben, oft ein Ablaufdatum und würden neue Lizenzverträge erfordern, das ist dann halt der Grund, warum manche Spiele halt auch verschwinden vom Markt, ne, weil Lizenzen nicht wieder refreshed werden, kostet halt nur Geld, ähm, ja, um sie in Anbauen zu bringen quasi, ne, also sie brauchen halt auch, ne Lizenz, um sie nach Anbauen zu bringen. Dies wird sehr schnell, sehr teuer und ist für dieses Jahr nicht im Rahmen vorgesehen. Wir verstehen, dass Musik für das Need for Speed Erlebnis sehr wichtig ist und dies ist etwas, dem wir auch weiterhin Aufmerksamkeit schenken werden, auch wenn wir derzeit keine Pläne haben, sie zu teilen, was das Veröffentlichungs-, ne, was ist das denn, was, was das Veröffentlichungsersuchen betrifft. Sorry. Sie können halt keine Versprechen machen, aber das ist etwas, woran sie in Zukunft vielleicht arbeiten wollen. Denn auch wir haben einige alte Need for Speed-Exklusiv-Titel bemerkt, die nicht auf Streaming-Plattformen verfügbar sind und persönlich gerne dort sehen würden. Es könnte nicht möglich sein, als wir müssen vielleicht auf den richtigen Moment warten, aber vertraut darauf, dass wir aufmerksam sind. Also ganz komisch wieder übersetzt, auf jeden Fall, die haben das auf dem Schirm, die würden halt auch gerne alte Sachen sehen, aber es geht hier noch weiter. Abgesehen vom Musikwunsch, scheint es insgesamt, dass ihr den nostalgischen Inhalt, den wir zu Need for Speed Anboard gebracht haben, wirklich genossen habt. Ja, da geht es gleich noch mal weiter. Ja, wie gesagt, das mit der Musik ist eh Lizenzgebunden usw. Und ich verstehe auch nicht, warum manche Leute nicht einfach sich eine YouTube-Playlist zusammenbauen. Also auf YouTube ist sowieso alles, da scheißt eh gefühlt jeder auf Lizenzen. Also da findest du jeden Song, dann klopfst du dir eine Playlist, da haust du dir noch einen Adblocker rein, für deine Playlist, und dann kannst du das rauf und runter hören. Klar ist es nicht so chillig wie mit Spotify, je nachdem wie man das jetzt macht, mit Handy oder nicht oder bla bla bla, aber theoretisch gibt es da gar keine Inhalts. Selbst wir haben damals eine Playlist auf Spotify erstellt, mit richtig vielen Songs aus den alten Underground-Teilen usw. Und ja, einfach für Anbau und erstellt. Ich verlinke die mal, wenn ich dran denke, unten in der Beschreibung, eine Spotify-Playlist für Anbauend mit vielen Klassikern aus der alten Zeit. Gönnt euch die Playlist, vielleicht gefällt sie euch ja, und dann habt ihr da eure Playlist. Also da braucht man jetzt auch nicht den Entwicklern auf den Sack gehen, die da irgendwie Musik einführen. Legt das mal irgendeinem EA-Typen auf den Schreibtisch. Ja, hier, die Leute möchten mehr Musik, Lizenzkosten. Der Typ, der das da hingelegt hat, wird wahrscheinlich direkt aus dem Fenster geworfen, wie bei diesem einen Meme. Ja, gehen wir nochmal weiter. Soviel zur Musik auf jeden Fall. Ja, sie haben halt auch wirklich gesehen, dass der Nostalgische Inhalt gefeiert wird usw. Dass wir ihn genossen haben quasi. Das wird mit Volume 7 Drift & Drag richtig losgehen, inspiriert von Need for Speed Underground 1 und 2, wird sich durch den Rest des Jahres fortsetzen. Ja, bleibt mal abzuwarten. Ihr wisst ja, ihr könnt darauf, was ihr trauen. Ich werde euch da ein neutrales Statement zugeben, beziehungsweise ein Feedback. Und ja, ich werde das auf jeden Fall ganz genau unter die Lupe nehmen, weil ich glaube, den Stil kann man schon kopieren. Das Gefühl können sie nicht kopieren, das ist klar. Aber schauen wir mal, was die da gemacht haben. Ob die sich wirklich an die Vorgänger gehalten haben oder ob die da irgendeine Kacke gemacht haben und das jetzt als nostalgischen Inhalt verkaufen wollen, der aber eigentlich nichts damit zu tun hat. Schauen wir uns dann genau an, wie das soweit ist. Die andere Hauptanfrage zu diesem Thema ist das Feedback, das nicht beim Namen genannt werden darf. Dass wir bereits gesagt haben, dass wir es in diesem speziellen Blog nicht ansprechen werden. Lol. Ja, mehr nicht. Ja, keine Ahnung. Irgendwie eine Hauptanfrage. Wahrscheinlich, was ist mit Most Wanted 2024? Könnte ich mir jetzt vorstellen. Oder was ist mit alten Schauspielern? Ne, bla bla bla. Also die machen da irgendwie aus irgendeiner Sache ein Riesengeheimnis, wie schon am Anfang den Text und keiner weiß, worüber die da überhaupt drehen. Ja, keine Ahnung. Ich kann mir nur vorstellen, dass es da um Most Wanted geht, um die Gerüchte von dem Remake und so weiter und die sagen halt, ja, sie dürfen das in diesem speziellen Blog nicht ansprechen oder so. Beziehungsweise sie werden es nicht ansprechen und ja, darf halt auch nicht genannt werden. Also ich sehe da zwei Möglichkeiten. Erstens, EA hat gar keinen Bock auf diese ganze Thematik, weil, ja, für die ist es halt eher ein Ruf schädigend, weil, ja, Most Wanted wischt sich alle, weil sie alle wissen, es war ein geniales Spiel. Es war einfach Peak-EA-Rennspiel und, ja, heutzutage einfach nur Mühl und die haben halt kein Interesse, da Geld rein zu investieren in so ein Remake. Oder da ist wirklich was am Kochen im Hintergrund und, äh, die machen da natürlich ein Geheimnis draus, so wie Rockstar versucht hat. Äh, ja. Kann man nicht sagen, sie dürfen nichts sagen, sie werden nichts sagen, sie sprechen da irgendwie in ganz kryptischen, äh, Worten, bla, Hauptanfrage zu dem Thema, Feedback, das nicht beim Namen genannt werden darf, bla, 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 werden wir nicht ansprechen, bla, lol, schreiben sie wirklich, die haben wirklich lol am Ende geschrieben. Ja. Keine Ahnung, was man davon halten soll. Wirklich? Was denkt ihr? Was meint ihr? Glaubt ihr? Dürfen die nicht ansprechen? Wollen die nicht ansprechen? Was ist das für ein Thema wohl? Ich gehe wirklich schwer vom Most Wanted aus. Ne, das ewig leidige Thema wahrscheinlich bei EA, weil immer wieder alle schreien, oh, Remake, 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 alte Zeiten, bla, bla, bla. Naja. Das war es auf jeden Fall mit dem Feedback. Ein richtiger Klopper über eine halbe Stunde. Ich habe mich auch oft ein bisschen überschlagen. Den Text gab es leider noch nicht auf Deutsch. Das dauert immer irgendwie ein bisschen länger, bis die auf Deutsch kommen. Ich habe das Ganze einfach mal durch einen Übersetzer geklotscht und wir wissen ja, was dabei rauskommt teilweise. Aber ich denke mal, im Großen und Ganzen hat man es verstanden. Und ja, paar Tage noch, dann ist es ja eh soweit. Dann kommt das Update. Wir werden uns das im Livestream genau angucken. Und ja, wer Bock hat, lasst gerne mal ein Follow auf Twitch da. Link ist in der Beschreibung. Da streame ich aber auch alles Mögliche. Teilweise wundert euch nicht, wenn ihr da Need for Speed erwartet. Kommt rein und ich renne auf einmal als Wikinger rum und schlachte unschuldige Tiere ab. Das passiert manchmal. Ja, ich bedanke mich trotzdem fürs Zuschauen und für die Aufmerksamkeit. Lasst ein Like da, wenn ihr das noch nicht getan habt, um den Kanal zu unterstützen. Ein Abo, wenn ihr das auch noch nicht getan habt. Empfindet es gerne euren Kollegen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Vielen Dank und auf Wiedersehen.